Es gab diese Idee, eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Die zu groß für sie sind. Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein und trotzdem zu scheitern. Fürthet es. Fliegt davor. Das Schicksal holt er trotzdem ein. Evakuiert die Stadt. Aktiviert die Verteidigungsposten. Und gebt diesem Mann einen Schild. Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier, zaubert mir doch ein Lächeln aufs Geseh. Wer zur Hölle seid ihr denn? Die Stadt. measured die Sorge. landed die Stadt.